Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Saarländerinnen, liebe Saarländer. Als ich zum letzten Mal in diesem Haus eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Saarland abgegeben habe, da standen wir an der Schwelle zur dritten Pandemiewelle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag damals bei etwa 70. Sie sollte sich in den darauffolgenden Wochen noch mehr als verdoppeln. Ende April kam dann aber auch der Wendepunkt. Von da an sanken die täglichen Infektionszahlen kontinuierlich ab. Bis zur heutigen Sieben-Tages-Inzidenz von um die 20, 20,5 laut RKI 19,5 nach unseren saarländischen aktuellsten Zahlen. Es ist also seitdem vieles passiert und ich rekapituliere. In der Regierungserklärung vom 25. März kündigte ich das Vorhaben der Landesregierung an mit einem eigenen Modell zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beizutragen. Unser Entschluss hierzu, der fiel wenige Tage zuvor, als sich die Inzidenz im Saarland über mehrere Tage hinweg auf einem konstanten Niveau von um die 65 bewegte. Die Situation im Saarland, sie war damals deutlich günstiger als im Bund. Dort lag die Inzidenz bei über 100 und sie war auch in einem steilen Anstieg begriffen. Das bewog uns, landesweit jene Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, die laut dem vorhergehenden MPK-Beschluss für die Region mit stabiler Inzidenz von unter 100 möglich waren. Das Saarland-Modell, es sah vorsichtige Öffnungsschritte vor, diese aber natürlich immer unter Vorlage eines negativen Schnelltests und wir wollten mit diesem Modell dreierlei erreichen. Erstens sollten Zusammenkünfte unter sicheren Bedingungen möglichst ins Freie verlagert werden, wo die Ansteckungsgefahr ja laut einhelliger Meinung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich um Aerosolforschung bemühen, deutlich geringer ist als in Innenräumen. Zweitens wollten wir damit Anreize zu vermehrten Schnelltests geben und dafür haben wir ja im Saarland die Testinfrastruktur ganz erheblich ausgebaut. Drittens und das, meine Damen und Herren, ist das Entscheidendste. Wir wollten damit die Beschränkungen von Grundrechten auf das absolut notwendige Minimum reduzieren. Meine Damen und Herren, ich will an dieser Stelle nochmals unsere Rechtsauffassung in diesem Punkt darlegen. Wir waren von Beginn der Pandemie an über die Schwere der Grundrechtseingriffe im Klaren, ebenso über die Notwendigkeit sehr sorgfältiger Güterabwägungen. Die Frage der Verhältnismäßigkeit unserer Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung, sie stand stets im Fokus unseres Handelns. Und ich habe das in diesem Hause immer und immer wieder betont. Und vor dem Hintergrund war das Saarland ja auch das erste Bundesland damals, das beim Lockdown, beim allerersten Lockdown im April des vergangenen Jahres zeitgleich mit den Lockerungen im Einzelhandel auch das Demonstrationsrecht wieder möglich gemacht hat. Natürlich unter Auflagen, aber für uns war klar, das Königsrecht der Demokratie, das darf keine Minute quasi länger eingeschränkt sein als unbedingt notwendig. Und der Grundsatz, so viel Beschränkung wie nötig, so viel Freiheit wie möglich, der bildete in jeder Phase der Pandemie unsere goldene Richtschnur, die ja auch unsere Verfassung vorgibt, meine Damen und Herren. Und es kommt ein weiteres hinzu. Und es wurde ja auch immer seitens der Opposition in diesem Haus, insbesondere auch der Regierungsfraktionen, aber es wurde immer wieder darauf hingewiesen, wie die Stimmung ja auch in der Bevölkerung ist. Es wurde darauf hingewiesen in der medialen Berichterstattung, dass es natürlich steigenden Widerstand auch gab und Proteste gegen unsere Maßnahmen, auch wenn es natürlich wiederum viele gegeben hat, die gesagt haben, es müssen Maßnahmen da sein, um die Pandemie einzudämmen. Für uns war es wichtig, dass nach einem Jahr in der Pandemie uns etwas mehr einfällt, als immer nur Lockdowns, immer nur zumachen, danach wieder aufmachen und wieder zumachen. Meine Damen und Herren, Verbote, Schließungen, Beschränkungen nach einem Jahr muss einfach mehr möglich sein an dieser Stelle. Und das war das, was uns bewogen hat. Und es ist, es ist die Pflicht, meine Damen und Herren, des freiheitlichen Staates, alle Instrumentarien auszuschöpfen, um die Einschränkungen von Grundrechten möglichst niedrig zu halten. Wir sehen uns dazu verpflichtet, stets aktiv nach gleich geeigneten, aber milderen Mitteln zu suchen und für uns gibt es dazu verfassungsrechtlich überhaupt gar keine Alternative. Mehrere Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler, aber auch Entscheidungen von Gerichten haben diese Auffassung ja bestätigt. Das wichtigste Instrument im Rahmen unseres Saarland-Modells waren die unbeschränkt zur Verfügung stehenden Antigen-Schnelltests. Und da haben wir natürlich auch viele gefragt, gibt es denn genügend dieser Schnelltests, als wir das gemacht haben? Weil vorher war es ja offensichtlich so, als wir gesagt haben, man soll sich nur testen lassen, wenn man irgendwelche Symptome zeigt, dass es nicht genügend von diesen Schnelltests gegeben hat. Und da muss, glaube ich, Politik auch manchmal ein bisschen ehrlicher sein und nicht sagen, wir testen nur, weil bei Symptomen das Sinn macht. Nein, man muss dann auch mal sagen, so wie es anfangs so war, dass es keine Masken und Schutzausrüstung gab, da muss man eben auch mal sagen, es gibt nicht genügend dieser Schnelltests. Es gibt sie nicht, sie sind nicht entwickelt, sie sind nicht überprüft. Und das war der Grund, warum bei uns nicht so viel getestet worden ist. Die Schnelltests waren dann da und ab dem Zeitpunkt, da sie da waren, haben wir sie auch eingesetzt. Und das war eben im März 2021 eine völlig andere Situation als noch im Jahr davor. Und aufgrund der von uns gesetzten Testanreize stieg die Zahl der Antigen-Schnelltests im Zuge unseres Saarland-Modells steil auf über 400.000 an. Das ist fast eine Verdreifachung innerhalb von drei Wochen. Und nach einem zwischenzeitlichen Rückgang aufgrund der Bundesnotbremse, das war ja nun mal zu erwarten, wenn es keine Testanreize mehr gibt, weil eben nichts mehr möglich ist oder kaum mehr was möglich ist, dann wird eben auch nicht getestet. Und mittlerweile liegt sie sogar bei etwa über 500.000 Testungen mit diesen Schnelltests pro Woche. Und dabei muss man eins bedenken, die Zahlen geben ja nur die statistisch erfassten Schnelltests wieder. Oder diejenigen, die etwa in den Arztpraxen geleistet werden. Sie wissen das, wenn sie zum Arzt gehen, wird eben ganz oft auch ein Schnelltest gemacht oder man kann es auch eben auf Wunsch bei den Arztpraxen machen lassen. Sie sind gar nicht enthalten in dieser Statistik. Also in Wirklichkeit sind es noch viel mehr als diese 500.000 Testungen, die gemacht werden in der Woche. Und meine Damen und Herren, das ist doch eines klar, Schnelltests und Teststatistiken, die füllen sich nicht von alleine, sondern das hat etwas damit zu tun, dass auch Menschen bereit sind, sich testen zu lassen. Ich sage das sehr wohl auch für die Bereiche, wo wir sie verpflichtend machen, nämlich in der Schule. Das gehört auch dazu, dass man solche Testpflichten eben akzeptiert und sie mitmacht und sie mit in den Alltag integriert. Und das gilt sowohl für diejenigen, die das in der Schule regelmäßig mit Pflichten machen, aber auch für diejenigen vielen Menschen, die sagen, sie machen das gerne, um eben dazu beizutragen, dass Dunkelziffern niedrig bleiben, um dazu beizutragen, dass nicht wieder alles zugemacht werden muss. Und deswegen an dieser Stelle mal ein ganz großes Dankeschön vor allem an die Saarländerinnen und Saarländer, die es möglich machen, dass wir so viele Schnelltestungen haben. Vorbildlich für alle anderen Bundesländer, meine Damen und Herren. Ich glaube, da können sich einige eine Scheibe dran abschneiden. Und deswegen sage ich hier auch, dass die Kernstrategie unseres Saarland-Modells anhand von Testungen, das pandemische Geschehen im Sinne eines Steuerungsmodells, das ist es ja, unter Kontrolle zu bringen, diese Kernstrategie, sie ist aufgegangen. Zwar stimmt es, und das muss man ja dazu sagen, dass nach Inkrafttreten des Saarland-Modells die Inzidenzen drei Wochen lang angestiegen sind. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass mit den Massenschnelltests zahlreiche, vor allem asymptomatische Infektionsfälle aus dem Dunkelfeld, wie ich eben sagte, entdeckt worden sind. Und wir können zudem auch davon ausgehen, dass eine Teststrategie eben von ihrer Natur her nicht so schnell, nicht so unmittelbar wirkt, wie eine Lockdown-Strategie. Der Lockdown, der gilt ab einem Stichtag. Ab einem Stichtag ist eben dann nichts mehr möglich. Er wirkt unmittelbar, während Testungen sich eben aufsummieren, so wie ich das eben dargestellt habe, nach und nach. Und sie verhindert während der ersten Tage eben auch kaum Ansteckung. Das ist ja logisch. Die Unterbindung von Infektionsketten wirkt sich erst allmählich auf das Pandemie-Geschehen aus, sodass eine Senkung der Fallzahlen auch später als bei einem Lockdown erwartet werden kann. Ich will auch mal das Beispiel Südkorea nennen. Ist ja auch öfters genannt worden als ein Beispiel der Pandemie-Bekämpfung, das nicht ganz unerfolgreich war. Die haben sehr viel stärker als Deutschland auf eine sogenannte Tracing and Testing-Strategie, also eine Nachverfolgungs- und Teststrategie gesetzt. Und die sind dort erst drei Wochen nach Beginn der Maßnahmen in einer Sinkung, einer Senkung der Fallzahlen gemündet. Und legt man diese Drei-Wochen-Frist auf die Entwicklungen im Saarland an, so sieht man ziemlich genau, drei Wochen nach Beginn des Saarland-Modells, ab dem 28. April nämlich, drehte die Inzidenz steil nach unten. Und zwar um 35 Prozentpunkte nach unten innerhalb von acht Tagen. Und dabei ist wichtig, der Wendepunkt, weil ja oftmals auch gesagt wird, dass der Bundes-Lockdown die Notbremse dazu beigetragen haben, dass diese Senkung kommt. Aber da muss man dann schon nochmal genau hinkommen. Der Wendepunkt vollzog sich am dritten Tage, am dritten Tage nach dem Beginn der bundesweiten Notbremse, also weit vor der 10 bis 14 Tagefrist, ab der Auswirkungen dann auch wirklich überhaupt erst sichtbar sind, weil wir wissen, dass das Virus eine gewisse Inkubationszeit hat, meine Damen und Herren. Die Auswirkungen von breitflächigen Testungen auf das Infektionsgeschehen haben wir auch untersuchen lassen, und zwar am Beispiel von Schulen im Saarland, weil das eben die Bevölkerungsgruppe ist, wo wir ganz sicher sein können, dass eben auch wirklich alle, die da sitzen, regelmäßig getestet worden sind. Letztendlich kontrollieren wir ja nicht bei unseren 500.000 Tests, die wir die Woche haben, welche Personengruppen das sind. Und deswegen, wenn man das überprüfen will, geht man am besten dahin, wo man sicher ist, dass eine Bevölkerungsgruppe eben regelmäßig getestet wird. Wir haben das überprüfen lassen, und zwar von einem WissenschaftlerInnen-Team unter der Federführung von Herrn Professor Göran Kauermann vom Institut für Statistik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und wir haben das deswegen auch getan, weil wir eines der ersten Bundesländer, das erste Bundesland eigentlich war, die regelmäßig alle Schülerinnen und Schüler getestet haben, und zwar nicht so nach dem Motto, wir geben jetzt mal den SchülerInnen und Schülern Tests mit nach Hause und hoffen, dass die angewendet werden. Nein, wir haben das unter Aufsicht, unter Anleitung mit medizinisch geschultem Personal gemacht. Und deswegen bietet sich das auch an. Und wir verfügten damit auch über eine entsprechende Datengrundlage für diese Untersuchung. Und Herr Professor Kauermann hat klar festgestellt, Präsenzunterricht mit Schnelltests kann die Dunkelziffer verringern und damit eben auch Infektionsfälle bei Schülerinnen und Schülern enorm reduzieren. Und damit zeigt sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das Saarland-Modell, es hat funktioniert und das entgegen nicht weniger anderslauternder Vorhersagen. Es hat das Infektionsgeschehen zurückgeführt, es hat mehr Freiheitsrechte zugelassen und vor allem, es fand eben auch reichlich Nachahmer in anderen Bundesländern. Überall in Deutschland hat man jetzt Öffnungen nach der Notbremse mit einer ausgeweiteten Teststrategie verknüpft. Sogar die New York Times hat letzte Woche darüber berichtet. Man fand Worte der Anerkennung über die Teststrategie in Deutschland. Wenn man den Artikel aber gelesen hat, da ging es da weniger um ganz Deutschland als um Saarbrücken, als um Saarland. Und das kommt nicht alle Tage vor, dass unser Bundesland in einer der wichtigsten Leitmedien der Vereinigten Staaten Erwähnung findet. Und es zeigt eben auch, dass das ein richtiger Weg ist, den wir an dieser Stelle gegangen sind. Mein sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich betone das alles ja auch aus einem recht einfachen Grund. Wenn das alles jetzt sage ich mal in der Vergangenheit läge, bräuchten wir diesen Vortrag an dieser Stelle nicht. Aber die Pandemie ist eben trotz der positiven Entwicklung in den letzten Wochen längst noch nicht überwunden. Und deswegen hat sich die Frage nach der richtigen Strategie in der Pandemiebekämpfung überhaupt gar nicht erübrigt. Und wenn man sich mal anschaut, dass teilweise jetzt auch Tendenzen da sind, im Grunde noch mal so wie im letzten Sommer einfach alles zurück auf normal zu stellen, nicht darüber nachzudenken, was kommt nach dem Sommer, was kommt nach der Rückreisewelle von Urlauberinnen und Urlaubern. Da macht mir das schon ein bisschen Sorge und deswegen muss man auch genau hinschauen, was passiert in anderen Teilen der Erde. Im Saarland verfügt ein Drittel der Menschen schon jetzt über den kompletten Impfschutz. Über 50 Prozent haben bereits ihre Erstimpfung. Das ist gut, aber der Rest bildet immer noch eine hinreichend kritische Masse, in der sich das Virus jederzeit wieder vermehrt ausbreiten kann. Ich will auch an dieser Stelle nicht Ängste schüren und irgendwelche Prognosen geben, die am Ende vielleicht gar nicht eintreten. Ich hoffe sehr, dass es nicht eintritt, aber der Blick nach Großbritannien zeigt doch ganz aktuell, dass das eintreten kann. Dort sind signifikant mehr Menschen geimpft als in Deutschland. Wird uns ja auch immer wieder vor Augen geführt, dass das in Großbritannien der Fall ist. Etwa die Hälfte hat dort den vollen Impfschutz, sogar teilweise etwas mehr. Und dennoch steigen die Fallzahlen rasant an. Innerhalb weniger Tage in Großbritannien hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von um die 75 verdreifacht nochmal. Und die Ursache dafür liegt in der offenbar ansteckenderen Delta-Variante. Wir können uns gerne nochmal erinnern an die Alpha-Variante. Ich finde es übrigens gut, das wird es nicht mehr nach Ländern benennen. Also irgendwie so die Vorstellung, man kommt irgendwo hin und dann ist jemand aus einem gewissen Land und dann denkt man gleich, da ist jetzt irgendeine Gefahr. Das war schon immer Unsinn. Und ich habe das auch immer kritisiert, dass manche Staaten oder Staatschefs, aber auch Vertreter in deutschen Parlamenten das Virus als China-Variante benannt haben, ist einfach nicht gut. Wir sollten damit etwas sachlicher umgehen. Wir erinnern uns jedenfalls an die Alpha-Variante oder B.1.1.7, wie Sie wollen. Die hat sich eben bei uns innerhalb kürzester Zeit als die dominierende Mutante durchgesetzt und sie hat maßgeblich diese dritte Welle ausgelöst. Und dabei ist jetzt auch nicht so wichtig, ob die vierte Welle, wie verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, vielleicht nicht mehr so groß sein wird als die dritte. Das ist ja auch die Erwartung, die wir haben. Aber es kann eben nochmal eine kommen. Und deswegen können wir das bei der Delta-Variante nicht ausschließen. Luxemburg, ganz in unserer Nähe, bereits mehr als 16 Prozent aller sequenzierten Proben weisen diese Delta-Variante aus. Und deswegen muss uns bewusst sein, wir sind da nicht durch. Wir sind nicht auf der sicheren Seite. Und das Saarland-Modell wird als Steuerungsmodell wohl noch eine gute Zeit lang gefragt sein. Und ich kündige an der Stelle auch an, wir werden, soweit das in unserer Macht steht, bei einer erneuten Pandemiewelle auch weiterhin auf dieses Modell setzen. Wir werden weiterhin viel testen. Wir werden weiterhin Infektionsketten unterbrechen und auch möglichst vieles offen halten, weil ich davon überzeugt bin. Das ist das bessere Modell zur Bekämpfung dieser lang andauernden Pandemie. Und es ist auch das bessere Modell, um die Akzeptanz der Menschen zu stärken und sie eben bei all unseren Maßnahmen bestmöglich mitzunehmen. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen. Menschen wollen in Eigenverantwortung mit dazu beitragen, dass diese Pandemie gebrochen ist, aber sich Persönlichkeits- und Freiheitsrechte eben weitestgehend zu erhalten. Und darauf setzt dieses Modell. Und deswegen werden wir weiterhin dieses Modell auch anwenden. Derzeit, meine Damen und Herren, bewegt sich die Infektionsdynamik auf dem Niveau von Anfang Oktober, also vom Anfang der zweiten Welle. Diesen Vergleich muss man ja auch immer wieder ziehen. Wo befinden wir uns und die Inzidenz, wenn man das betrachten will, liegt im Saarland mit circa 20 deutlich unter dem Tiefpunkt zwischen zweiter und dritter Welle. Damals waren es fast 60. Auch in unseren Krankenhäusern. Und das ist mir offen gesagt sehr viel wichtiger als die Frage der Inzidenz. Sie wissen ja, dass die Situation in den Krankenhausintensivstationen ein ganz wesentlicher Parameter für uns auch war in der Steuerung, in der dritten Welle, um zu schauen, wie verhält es sich dort? Ist die Ampel dadurch rot? Muss man gegebenenfalls auch einen weitgehenden Lockdown machen, wenn da eine unmittelbare Überlastung droht? Auch in den Krankenhäusern können wir aktuell eine wirklich deutliche Entspannung feststellen. Die Zahl der stationären intensiv behandelnden Covid-19-Patientinnen und Patienten, sie liegt ebenfalls auf dem Niveau vom Oktober des vergangenen Jahres. Und das heißt, dass bei allen Unwägbarkeiten hinsichtlich des weiteren Pandemieverlaufs wir uns zu weiteren Öffnungsschritten geradezu verpflichtet fühlen. Und dieser Vergleich, der wird ja auch immer wieder angefügt. Menschen sagen ja im letzten Jahr oder zwischen der zweiten und dritten Welle, da war bei einem vergleichbaren Infektionsgeschehen dieses und jenes und solches möglich. Und natürlich muss auch jetzt, wenn die Belastung zurückgeht im Gesundheitssystem, wieder mehr geöffnet werden. Und seit wir in allen Landkreisen jetzt eine stabile Inzidenz von unter 100 erreicht haben, gilt bei uns eben nicht mehr das, was die bundesweite Notbremse vorschreibt. Es gilt wieder die Regelung des Saarland-Modells, in dessen Zuge wir bereits wesentliche Lockerungsschritte vollzogen haben. Ich will Sie gar nicht langweilen mit all den Dingen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Das ist ja bereits veröffentlicht und wird ja auch genutzt. Aber wir haben natürlich deshalb Kontaktbeschränkungen gelockert. Wir haben es möglich, dass nochmal Hochzeiten, Familienfeiern stattfinden können unter gewissen Rahmenbedingungen natürlich. Und es ist möglich, dass man zu Hause in der Gastronomie, aber auch in Hallen eben jetzt nochmal zusammenkommt, wenn alle negativ getestet sind, wenn gewisse Hygieneregeln eingehalten werden. Und ja, es sind sogar Großveranstaltungen möglich. Wir haben bewusst gesagt, es gibt Richtschnuren von Obergrenzen, aber das ist nicht absolut bindend. Wenn zum Beispiel jetzt am Losheimer Stausee auf einer riesigen Fläche ein Classic Open Air stattfinden soll, dann ist es okay. Selbst wenn die Zahlen der Teilnehmenden etwas höher sind, als man das vielleicht andernorts kennt, wenn Abstände eingehalten werden, wenn es draußen an der frischen Luft ist, wenn getestet wird, noch dazu Kontaktnachverfolgung da ist, dann ist doch das normal, dass man nochmal kulturelles Leben in diesem Land zurück will. Und deswegen haben wir das auch schon auf den Weg gebracht. Und ich kündige jetzt schon an, wir werden bei gleichbleibender Infektionslage in den kommenden Wochen selbstverständlich weitere Öffnungsschritte vornehmen, wahrscheinlich im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das ist nicht irgendetwas Gönnerhaftes, sondern das ist eine Verpflichtung dieser Landesregierung, sobald das zulässig ist, auch weitere Öffnungsschritte zu machen und Grundrechtseinschränkungen zurückzunehmen, meine Damen und Herren. Und auch wenn vielleicht von allen Einschränkungen die Maskenpflicht, die am wenigsten schlimme Einschränkung ist, wird sie eben doch im Moment sehr stark diskutiert. Das hat vielleicht auch was mit dem Wetter zu tun und da haben ja auch einige Kommunen die Bestimmungen für die Masken beim Aufenthalt im Freien gelockert. Wir haben das aber auch getan und zwar insbesondere da, wo wir schon spüren, dass wir mit Netz und doppelten Boden arbeiten, nämlich an unseren Schulen. Wir haben eine, es gibt quasi keine andere Bevölkerungsgruppe, die so regelmäßig durchgetestet wird und im Übrigen, wo man auch kaum Beschwerden hört über dieses Testen, wie die Schülerinnen und Schüler. Und wir haben immer gesagt, Erleichterungen, Lockerungen, Rücknahme von Beschränkungen, bitte an erster Stelle in Schulen, bei Schülerinnen und Schülern. Es ist einfach nicht okay, wenn es auf der einen Seite möglich ist, nochmal kulturelles Leben zu genießen und sich auch nochmal gut gehen zu lassen in der Gastronomie, wo man vielleicht eine Stunde oder anderthalb oder gerne auch zwei, je nach Gusto, zusammenkommt. Aber gleichzeitig dann in Schulen bei Temperaturen von 30, von 35 Grad, was uns im Moment bevorsteht, trotz der Testung, trotz fester Platzpflicht, trotz mangelnder Durchmischung von Gruppen, dann sagt, es müssen die Schülerinnen und Schüler weiter Masken tragen. Und deswegen war es aus meiner Sicht ein richtiger Vorstoß der Bildungsministerin zu sagen, wir wollen dort die Maskenpflicht auch lockern. Und wir haben das getan und zwar haben wir das nicht stufenweise getan, jahrgangsmäßig, sondern wir haben gesagt, alle Schülerinnen und Schüler sollen eben jetzt so schnell wie möglich, und das ist ab Donnerstag, ab morgen der Fall, ohne Maske am Platz sein können. Ich glaube, das ist eine ganz erhebliche Erleichterung für den Schulbetrieb und deswegen eine gute und richtige Entscheidung. Klar ist auch, wenn sich das Pandemiegeschehen weiter verschärfen sollte, das kann ja passieren, muss man natürlich sowas auch nochmal, gegebenenfalls so wie andere Maßnahmen auch korrigieren und anpassen. Das ist selbstverständlich. Wir haben ja auch durch unser Testregime einen guten Überblick. Unsere Hoffnung, meine Damen und Herren, auf einen weiterhin entspannten Verlauf der Corona-Pandemie, die gründet natürlich nicht zuletzt auch auf unseren Impffortschritten. Und die bisherige Bilanz des Saarlandes, die kann sich dabei durchaus sehen lassen. Bei den Erstimpfungen liegen wir mit über 52 Prozent bundesweit auf Platz zwei hinter Bremen. Bei den Zweitimpfungen, und das ist ja ganz aktuell der wichtigste Faktor, muss man einfach auch sagen. In Großbritannien versucht man im Moment ganz massiv zu versuchen, Zweitimpfungen vorzuziehen, weil wir wissen, dass gerade wenn es um die Varianten geht, eben die Zweitimpfung erst den richtigen Schutz bringt. Bei der Zweitimpfung, meine Damen und Herren, führen wir die Rangliste mit etwa 32 Prozent an. In keinem anderen Bundesland verfügen so viele Menschen über den vollen Impfschutz, wie das im Saarland ist. Und deswegen zeigt es eben auch, dass wir da eine positive Bilanz haben. Wir nehmen den Gesundheitsschutz der Bevölkerung ernst. Wir werden das auch weiterhin tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mittlerweile, und es ist gut so, finden Impfungen in unseren vier Impfzentren, in Hausarztpraxen, aber eben auch durch die Betriebsärzte, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte in Betrieben statt. Für diese und die kommenden beiden Wochen bestehen Lieferzusagen für fast 100.000 Impfdosen. Das sind in der Hauptsache dann Dosen von BioNTech, Pfizer und natürlich bemühen wir uns bei allem in unserer Impfkampagne auch um ein Höchstmaß an BürgerInnenfreundlichkeit bei der Organisation unserer Impfkampagne. So haben wir Ende April die sogenannte Restplatzbuchung eingeführt. Damit können Personen, die auf der Impfliste stehen, aber noch keinen Termin haben, kurzfristig frei werdende Impftermine für sich buchen. Auf diese Impftermine können sich sowohl Personen bewerben, die schon einen Impftermin haben, der noch in der Zukunft ist oder vielleicht aus ihrer Sicht noch zu weit in der Zukunft, aber eben auch Personen, die noch keinen Impftermin haben. Ich will an der Stelle auch sagen, was mir wichtig ist und was uns allen in der Landesregierung wichtig war. Wir teilen diese Impftermine im sehr kurzfristigen Rhythmus zu. Das bedeutet, wenn eben jemand mit Impfprävisierung 1, der bislang noch nicht geimpft werden konnte, zum Beispiel sagt, er möchte jetzt geimpft werden, wird er bei der Zuteilung, wenn die Termine vergeben werden, per Zufallsprinzip dann eben auch vorgezogen sozusagen, sodass sichergestellt ist, dass wir auch bei den Neuvergaben immer noch mal darauf achten, wer braucht eine Impfung ganz besonders. Und wir machen das, wie ich schon sagte, in einer hohen Transparenz. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, wie Anfang des Jahres es auch, weil wir vom Impfen reden, eine erste Diskussion um die Befreiung von Einschränkungen für Geimpfte anhob. Ich habe damals hier im Landtag gesagt, dass diese Diskussion so lang und müßig ist, als noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, wie sich mit der Infektiosität von geimpften Personen verhält, also vollständig geimpften Personen verhält, aber eben auch solchen Personen, die ehemals infiziert waren und dann noch zusätzlich geimpft waren, Genesene, vollständig Geimpfte. Und mittlerweile ist es eben geklärt oder schon etwas länger geklärt. Nämlich haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt, dass Daten vorliegen, die davon ausgehen, dass vollständig Geimpfte, aber auch genesene Personen ein weitaus reduziertes Risiko haben, das Virus weiterzugeben. Ausgehend von dieser Tatsache, dass Grundrechte eben individuelle Freiheitsrechte gegenüber der staatlichen Gewalt darstellen, müssen wir nach unserem Rechtsverständnis, das ich eben auch dargelegt habe, daraus glasklar ableiten. Und geimpfte, ehemals infizierte Personen müssen von Einschränkungen befreit werden. Das ist gar keine Frage von Gerechtigkeit an dieser Stelle. Das ist eine Frage der verfassungsrechtlichen Grundlage. Und deswegen haben wir in einer außerordentlichen Ministerratssitzung am 30. April auch Erleichterungen für diesen Personenkreis beschlossen. Sie werden seither im Saarland mit negativ Getesteten gleichgestellt und damit eben auch in weiten Teilen von der Vorlage eines negativen Testergebnisses befreit. Natürlich auch, was die Kontaktbeschränkung, also die individuellen Beschränkungen angeht, sind sie eben ausgenommen an dieser Stelle. Ich will ein Wort noch schließlich zur Impfung von Kindern und Jugendlichen sagen, auch weil das ja hier im Hause schon Thema war. Die EU-Kommission hat den Impfstoff von BioNTech-Pfizer am 31.05. für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, nachdem das in den USA ja auch schon der Fall war. Und seit Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni können sich nun eben Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren um einen Impftermin bemühen. Bis zum offiziellen Vorliegen einer STIKO-Empfehlung für 12 bis 15-Jährige ist eine Anmeldung auf der saarländischen Impfliste aber vorübergehend nur für Personen möglich, die das 16. Lebensjahr abgeschlossen haben. Und da folgen wir eben schlichtweg der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Wir haben aber auch mit dem Leiter der Ständigen Impfkommission in der Runde der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten darüber diskutiert. Wäre folgende Empfehlung, diese Personengruppe nur dann impfen zu lassen, wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen bei Ihnen. Sie also so auch wie in der Prio 1 zum Beispiel oder Prio 2 mit Erwachsenen gleichgestellt sind. Oder eben, wenn in Ihrem Umfeld Menschen mit erhöhtem Covid-19-Risiko leben, die nicht geimpft werden können. In solchen Einzelfällen ist es dann eben möglich, dass diese Personengruppe sich impfen lässt, also auch in den Impfzentren. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 16 Monate leben wir jetzt schon in dieser Corona-Pandemie. Und da ist es durchaus naheliegend, auch eine bisherige Bilanz zu ziehen. Und die sieht, wie ich finde, durchaus nicht schlecht aus. Wir haben proportional zur Bevölkerung bisher weniger Infizierte als im Bundesschnitt. Sowohl während der zweiten als auch in der dritten Welle lagen die Inzidenzspitzen zu keinem Zeitpunkt im Saarland über 200. Und jedes Mal waren sie niedriger als im Bundesschnitt. Bei uns sind auch proportional zur Bevölkerung weniger Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben als im Bundesschnitt. Und das kommt hinzu, zu jedem Zeitpunkt konnte unser Gesundheitssystem jedem Covid-19-Patienten, jeder Covid-19-Patientin die optimale Behandlung zukommen lassen. Und all das, das sollte man in Betracht ziehen, in einem pandemisch nicht ganz günstigen Umfeld. Das hat zum einen damit zu tun, wie auch unsere Bevölkerungsstruktur ist. Wir haben nämlich leider, was die Demografie angeht, eine ältere Bevölkerung als der Bundesschnitt. Wir haben leider, was die Demografie angeht, auch eine Bevölkerung. Das hat mit dem Industrie- und Bergbaustandort zu tun, die eben stärker unter den bekannten Volkskrankheiten leidet, als das bundesweit der Fall ist. Und sie wissen, dass bei unseren Nachbarn im Departement Moselle, aber auch in Luxemburg das Infektionsgeschehen weitaus virulenter als bei uns war und ist. Im Departement Moselle bewegten sich während der zweiten Welle die sieben Tagesinzidenzen bei Werten von weit über 400, in Luxemburg weit über 600. Dass wir davon bei weiterhin geöffneten Grenzen weitgehend unberührt blieben, zeigt, dass unser Testregime sowohl an der Grenze, aber eben auch im Land, was ja für alle dann eben Geltung hatte, hervorragende Arbeit geleistet hat. Das Schengen-Europa der offenen Grenzen, es funktioniert eben in unserer Großregion auch unter schwierigen Bedingungen, meine Damen und Herren. Und Kollegen, eine gute Bilanz hat immer viele Väter, viele Mütter und ich danke an dieser Stelle den Beschäftigten in unserem Gesundheitssystem ganz besonders, auf denen lastet nach wie vor das Allermeiste. Ich bedanke mich aber auch bei unseren Verwaltungen auf der kommunalen Ebene wie auf der Landesebene und da nehme ich wirklich keine Verwaltungsbereiche aus, aber besonders eben natürlich auch unserem Gesundheitsministerium unter Führung von Monika Bachmann und Staatssekretär Kolling. Ich glaube, das muss man an dieser Stelle schon auch erwähnen, auch wenn ich weiß, dass nicht jeder in der Opposition insbesondere das mag, wenn hier Dankesworte gesprochen werden. Aber für mich ist das tatsächlich auch eine Stilfrage, meine Damen und Herren. Herr Präsident, meine lieben Kollegen und Kollegen, wir bewegen uns hinsichtlich der Pandemiesituation mehr und mehr jetzt auf wegsamen Pfaden. Der Impffortschritt in Verbindung mit dem Saison-Effekt, also dem guten Wetter, der verspricht uns, vor uns liegen entspanntere Wochen, entspanntere Monate. Vor uns liegt das Wiedererwachen des öffentlichen Lebens und die Rückkehr zur sprichwörtlichen saarländischen Geselligkeit. Man spürt es kurz, das wird ein schöner Sommer mit durchaus mehr Freizeitfreuden und wir haben uns das auch wirklich alle verdient hier im Saarland. Es muss uns aber klar sein, für uns liegen gleichzeitig Unwägbarkeiten. Das muss erwähnt sein. Kommt im Herbst eine vierte Welle, entwickeln sich weitere Virusvarianten, die noch gefährlicher sein könnten und auch möglicherweise den bestehenden Impfschutz umgehen. Und damit eben weitere Booster-Impfungen, wie man das nennt, möglich machen, nötig machen. Wie lange werden Hygiene und Abstandsregeln unseren Alltag begleiten müssen, auch wenn das wirklich nervt? Wie lange wird uns überhaupt noch Corona beschäftigen? Fragen über Fragen, auf die bislang auch niemand Antworten geben kann. Und damit, das muss man auch sagen, sind wir an einer Stelle angekommen nach all diesen Monaten, wo wir nach wie vor der Ehrlichkeit halber sagen müssen, wir haben auf viele Fragen keine Antworten in dieser Pandemie. Und deswegen steht für mich an dieser Stelle eines fest, die Pandemie wird erst endgültig besiegt sein, wenn sie global besiegt ist auf diesem Planeten. Selten ist es so deutlich geworden. Wir leben in einer Welt, wir tragen eine Verantwortung füreinander und nur gemeinsam können wir deswegen diese Pandemie bezwingen. Und solange der Kampf gegen Corona nicht weltweit gewonnen ist, werden Achtsamkeit, Augenmaß, Verantwortung unsere ständigen Begleiter bleiben. Das muss uns bewusst sein. Meine Damen und Herren, danke für die Aufmerksamkeit.